Bling! Witsch! Wow! Okay, los geht's. Ja, das sind deine Shield Tokens dann für deine Aufbauen und Niederreisen. Nein, das sind die Shield Tokens. Genau, für die Faction Guide. Ja. Ah, ich habe gestern auch noch einen Würfel dabei. Ich habe doch erst gedacht, dass das nicht der Schlagring-Würfel ist. Ja, das sind die Zipiert. Und das Seed-It-Pack. Ich schwör, ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht. Seed-It-Pack. Oh! Seed-It-Pack ist mit dir? Ja. Oh, ein roter Würfel. Ah, eins von den Packs. Genau. Oh, ja. Oh, ja, meine Promo ist in Schein-Hand. Echt? Let's see. Oh, ja. Der Räuber. So. Die Pferderin war... Ach, die um der Kabaretti? Okay, nice. Neist besucht. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, einer von den Dämonen direkt. Ja, nice. Und der Krake, der ist auch ziemlich gut. Yeah. Und Schatz. Juhu. Nice. Das ist nützlich. Oh, nice. Die ist gut. Ja, die ist voll geil. Geilen Kabaretti auch. Ja. Ja. Nochmal um die Tasche. Die auch. Warte mal, vielleicht können wir uns irgendwie so weit versetzt machen. Und dann... Oh, der Geheimagent. Oh, geil Lens. Ich versuche einfach Platz zu schaffen für dich. Okay, blau. Blau, blau, blau. Gibt es Familie? Das ist schon zwei blaue Rare. Das wäre eigentlich so geil. Aber das habe ich euch schon genau gedacht. Ja, das ist geil. Großer Coup. Mord. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Um Niete. Und... Ah, die Spione. Ah, sehr gut. Coole Karte. Ah, immer froh über neue Schatz-Tokens. Schlag-Ring. Aber ich hatte noch nie einen Post von der Fraktion direkt im Fake. Ja, ja. Freunde kann ich nicht spielen. Meine Promo. Ja, eine ist auch blau. Die Promo auch in dem Anfang. Ja, ja, genau. Die letzte Karte da drin. Und die ist nicht zwangslotig in deinen Traum. Okay. Yay, Aufstieg der Omnita. Sehr schön. Das kann ich gebrauchen. Okay. Uh. Jetzt muss ich nur noch so fünf oder mehr davon ziehen. Ja. Oh, geil. Boah. Alter. So, jetzt noch eine Mythic und ich bin happy. Uh, geil. Ihr habt noch eine Accounts-Tokension. Ja, ich hätte mir auf Twitter schon die ganze Zeit... Aber in Full-Arts früh in die Zusammenkunft. Das ist ziemlich schwer. Oh, ja, der ist nice. Aufstieg der Brokers. Krach auf dem Hintergrund. Ah. Uh. Okay, ist kein wertvolles Pack. Aber ich bin fertig. Ich hab's hier. Tore. Das ist gut. Weißt du auch ein Planeswalker bitte? Uh. Obscura Legendary im Special Frame. Nice. Ah, das ist die Karte. Ach, bei der Tür. Okay. Die für Karte war weiter gestärkt. Ja. Kein weniger geiles Pack. Aber... Für gut. Ja, ich... Ich hab' mit der Tür. Okay. Die für schäuze. Ich hab' mit der Tür. Die für die Tür. Die für die Tür. Außerger. Die Tür ist völlig eins. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020